hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge transport fieber 2 im schönbau ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen staffel ja ihr habt richtig gehört ich hatte ja gestern schon die ankündigung gemacht auf meinem kanal dass wir eine neue karte spielen werden und das ganze in der bundesbahn epoche ich habe da richtig lust drauf und für mich ist die bundesbahnepoche einfach die epoche der deutschen bahn in deutschland halt die tollsten fahrzeuge es war nicht alles so 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 gleich wie heute die loks haben sich toll angehört die 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 zug reihung war einfach cool die tollen bunten züge mit den interregio wagons den mintgrün dazu die roten dann hatten wir ozeanblau beige wir hatten die kobaltblaue farbgebung wir hatten te farbgebung und all das ist einfach so geil einfach nur und dadurch dass meine alte map wirklich in den fps so eingebrochen ist die performance ist einfach so mies geworden ja es macht halt einfach keinen spaß mehr und ich möchte euch auf niedrigen oder mittleren einstellungen halt wirklich diese karte nicht präsentieren und trotzdem nur in 10 15 fps ich hatte mich echt gefreut dass meine fps ja ziemlich hoch waren die performance ziemlich gleichmäßig war ja die karte funktioniert noch aber ja das ist wirklich nicht mehr schön ich habe hier eine neue map begonnen ich kann euch ja mal zeigen wieder strecken netz bisher aussieht so das ist das bisherige strecken netz das ist eine kleine map ich glaube maßstab 1 zu 4 war das den karten sie packe ich euch einfach mal unten in die video beschreibung und ja das ist bisher gebaut an strecken netz ich habe noch keine stadt oder so gebaut und ja vor habe ich einmal von nord nach süd hier ist halt der südliche bahnhof geht dann hier in den tunnel und hier habe ich dann den zugspeicher gebaut und dann kommen die züge wieder raus ich werde also keine kopfbahnhöfe bauen das bietet sich in der bundesbahn epoche natürlich auch nicht an weil die meisten züge hatten ja auch im kein kein steuerwagen passend dazu kommt natürlich hier die 420 raus die ist wendezugfähig was für ein sound oberleitung werde ich diesmal selber setzen in vielen bereichen hier ist nämlich überall keine oberleitung das war mir wirklich begehrt dass diesmal selbst zu machen das sieht halt einfach besser aus ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt und so schwierig ist es gar nicht einfach toll hier habe ich die wiener stadtbahnbrücke eingebaut die stadtbahnbögen und hier habe ich dann auch mit der stahlbogenbrücke gebaut ich einfach die pfeiler unten drunter gesetzt es wird natürlich wie ihr das kennt alles noch ausgekleidet und dann habe ich mir hier den bahnhof hingesetzt es wird auch keine großen 18 12 oder noch mehr gleisigen bahnhöfe geben das ist wirklich so eine kleine schöne gemütliche map die aber dafür sehr ins detail gehen wird hier habe ich auch die form signale gebaut hier ist dann die dammauer wo dann sich hier oben die stadt noch entwickelt ich werde hier auch hatte ich ja im tutorial gezeigt auch die bahnsteige verlängern hier drüben wird es dann auch einen kleinen gebogenen geben das wird alles noch schön erweitert hier ist dann die straßenbrücke drüber auch schön hier geht es unten drunter durch und hier fahren wir oben drüber und dann geht es hier rechts in den tunnel und dann hier wieder raus über die brücke und wenn man hier filmt und sich hier hinsetzt meinetwegen die unten ans ufer und findet hier schön stück vor vielleicht noch man hier dann schön filmt die züge da hat man im hintergrund halt auch noch die stadt vorspulen und warten bis ein zug kommt ich höre schon ein schön die v200 kommt die 420 ja es ist etwas anderes als wenn hier jetzt die die modernen loks fahren die ja alle einheitspreise mir gefallen die auch keine frage aber diese alten ja dieses alte rollmaterial ich bin damit groß geworden ich weiß immer noch auf dem campingplatz wo ich immer mein großeltern war fast jedes wochenende da war oben an berghang war die hauptstrecke und man hat immer den zug schon gehört bevor man ihn gesehen hat und ich bin rausgerannt um einfach zu sehen was dort oben lang fährt dass das das halte hat das hat halt für mich die faszination für die eisenbahn ausgelöst ja hier habe ich auch schon selber die masten gesetzt auch in der brücke da habe ich hier diese genommen die hier müssen wir vielleicht auch noch mal das kameratool an machen diese hier ob die jetzt so epoche passen weiß ich nicht genau aber ich denke mal schon ist einfach nur ein stahlträger senkrechter mit oberleitungshalterung dran und ich habe den ringlock schuppen endlich mal installiert und auch verbaut hier ist also eine kleine dieseltankstelle es wird auch diesel tankstellen tankstellen haltestellen geben wie gesagt plan ist von hier unten einmal nach hier oben eine hauptstrecke und dann werden von diesen bahnhöfen von den zwischendurch bahnhöfen natürlich auch nebenbahnen abgeben die teil abgehend die teilweise auch elektrisch sind hier ist der zweite bahnhof auch viergleisig und hier teilen sich dann auch die strecken eine geht hier rüber hier lang hier habe ich die stahlbögen verbaut die stahlbogenbrücke und das geht dann hier in die bahnhöfe zwischendurch sind im moment natürlich nur platzhalter das kennt ihr ja auch wenn nämlich schon länger verfolgt wenn dann die städte dran sind dann werden die natürlich die bahnhöfe bekommen die da auch zu passen und die ich auch natürlich dann haben will und geplant ist dass sich hier die strecke teilt eine geht hier rechts lang an dem ufer und hier oben wird dann die endstadt nenn ich es mal sein im norden und da kommen dann beide strecken wieder zusammen die strecke geht dann hier geradeaus geht dann hier einmal hoch hier werde ich links das ganze noch anheben dass das auf einer höhe ist mit der bahnstrecke und rechts wird es dann stützmauern im bahndamm geben geht dann hier vorbei hier werde ich auch das ganze abstützen mit dammen und geht dann hier lang und dann hier in einen bahnhof und geht dann hier hoch und das finde ich besonders cool hier hatte ich mir nämlich gedacht von hier da an dem bahnhof zu steil und dann fahre ich hier hinten runter einmal die schleife hier in den bahnhof und dann geht das ganze hier in den tunnel da will ich aber noch gucken was kommt dann hier wieder raus da bin ich mir noch nicht sicher ob ich das hier in den tunnel fahren lasse oder hier einfach als unterführung unten drunter durch als überwerfung und dann hier noch durch gehe um dann hier hinten ins städtchen zu kommen das überlege ich mir noch da werde ich mal schauen wie ich das mache ja hier fährt der te mit der e 110 einfach ein geiles fahrzeug wirklich guckt euch mal den führerstand an das ist wirklich saugeil schaut euch das mal an und das ist nur aus dem legacy paket aus der modwerkstatt das ist eigentlich aus transport fieber eins das ist der sound alles passt halt einfach das ist wirklich mega ja ich habe mir auch die hv signale besorgt auch für die signalbrücken wusste ich gar nicht dass der dass der seppe da auch welche rausgebracht hat ich hatte bisher nur die vom bandion und auch nur für die signalbrücken da kann man mal sehen dass man so alles teilweise verpasst hier links noch eine 141 und das meine ich halt mit bunten wagen reihung das war früher gegangen und gäbe teilweise haben da sogar intercity wagons oder te wagen sogar noch drin gehangen was gerade halt so verfügbar war hier muss ich dann auch noch die bahnsteig höhe anpassen das passt noch nicht so ganz für die wagen da brauchen wir die 760 mm die bügelfalte das flackern ist leider immer noch da bei den signalen ich dachte eigentlich es liegt an den na wie heißen die signale noch mal das habe ich tatsächlich vergessen fällt mir aber auch wieder ein an den anderen signalen halt den moderneren mein gott wie kann man so auf dem schlauch stehen hinten sieht man schon die brücke im hintergrund und hier wird auch strecken gestaltungen riesen rolle spielen die oberleitung hier also die masten kommen noch weg das setze ich alles selber das sieht halt einfach besser aus viel besser diesmal nehme ich mir auch die zeit ich wollte erst eine winzige karte nehmen das wäre mir dann aber doch zu winzig gewesen aber klein reicht vollkommen das ganze ist hügelig mir war wichtig dass im fluss von nord nach süd durchführt und bremst jetzt hier so ab ich habe ich hier 100 dort oben rechts wird dann die stadt sein wenn man hier rein fährt das wird bestimmt super aussehen aber tunnel nehme ich halt immer gerne um höhenunterschiede auszugleichen hier habe ich das auch wieder gemacht hier steht auch schon die erste signalbrücke hier steht auch schon die erste signalbrücke und hier ist halt die richtige bahnsteiglösung verbaut ja das passt schon eher herrlich einfach herrlich kommt der te auf dem gegen herrlich hier treffen sich beide die donald duck gibt es halt noch nicht das ist ein bisschen schade das wäre halt cool wenn die auch bald kommt hier sind halt gütergleise hier wird dann der güterverkehr lang fahren der kommt dann von hier fährt dann hier raus und verteilt sich dann hier auf die gleise hier geht der güterverkehr rüber und fädelt sich dann hier wieder ein und wenn wir von hier kommen fahren wir quasi auf das gleis hier und fahren dann hier rüber es ist jetzt schon so cool wie die züge hier lang fahren sehr 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 schön das war mir halt auch wichtig hier oben irgendwie in den tunneln und hier unten wieder raus und die brücke hier die passt halt auch wunderbar zu dieser epoche auch diese wieder lager die man hier bauen kann diese dammwände das ist ja wirklich total simpel aber sieht dann halt wirklich spitzenmäßig aus dampfloks werden auffahren ich neige ja wirklich dazu auch die baureihe 52 fahren zu lassen obwohl sie ja eigentlich schon ziemlich früh ausgemustert wurde bei der bundesbahn aber die ist einfach so geil so ein tolles modell die kann ich nicht außen vor lassen zumal wir im moment noch für für die bundesbahn nicht gerade eine große auswahl haben an dampflokomotiven ja das soll es eigentlich für die erste folge gewesen sein was ich halt auch noch im auge hatte war dass diese auffahrten hier nicht zu steil sind genauso wie hier auch hier war mir das natürlich wichtig dass wir hier nicht total steil hoch fahren aber eine brücke durchs gleis vorfeld ist natürlich ein must have eigentlich ich freue mich das hier alles bebauen zu dürfen zu können gerade auch der bahnhof hier hier wird halt auch das bleibt auch nicht final so dass wir jetzt nur erstmal damit ich züge fahren lassen kann das wird natürlich alles noch verfeinert hier wie ich das hier baue mit der wende schleife hier runter aber so soll das halt dann am ende werden und hier unten wird zeit auch großen güter bahnhof geben und vielleicht sogar den größten bahnhof jeder karte vielleicht sogar mit sechs gleisen damit wir dann hier natürlich auch ein paar nebenbahn fahren lassen können zum beispiel von hier nach hier oder hier rum dass wir hinten eine kleine ortschaft machen und sogar bis hier gehen richtig schön gemütlich und mal schauen was ist so alles auf der karte passieren wird aber was hat auch das hat auch schön ist wenn man hier filmt man jetzt hier hier sich hinsetzt und filmt und im hintergrund fahren die züge dann hier oben lang und kommen dann irgendwann hier unten an das ist natürlich super ja war noch moment welche war das die 118er genau die habe ich natürlich auch die fährt auch ok ich bedanke mich fürs zuschauen hoffe ihr habt auch lust mit mir auf die bundesbahn und würde mich freuen wenn ihr dran bleibt und regelmäßig einschaltet schreibt mir doch mal in die kommentare was so eure liebste epoche ist ja die 103 darf natürlich auch nicht fehlen und das ist auch der perfekte abschied ja würde mich freuen wenn ihr die folge bewertet mir ein bisschen feedback gibt und bis zur nächsten folge macht's gut